ja und mein Gott alter schade sich natürlich nicht mehr haben sie noch das ist gut man ist auch gut nur aber aber also die Brüderin der Kostoff hätte den gerät und die Bekostoff hätte den so gegeben okay der also Jungs der Plattel ab damit macht man mit fünf angriffen entspannt euch entspannt euch alles cool ich habe ein legendäres entlang gefunden alles klar okay das war gut das war gut das war gut wir machen das jetzt werden wir haben dort ist also die krimiersteller ganz langsam kühle hoch ganz langsam kühlen muss man viel ja ich habe das problem war da du musst ja vorstellen da erhoben einer ich nehme ein mg schieße an dann springt er von darunter und ich konnte immer weiter steigern gar nicht mehr das war die eine Sekunde ist hier eine Schuss deswegen machen wir das doch das ist doch unser erstes Mal das passiert das ist super ja die muss das sein der war so gut so weiter okay sehr schön ja ich komme Leute drüber gestrungen und jetzt jetzt erwarten wir aber recht gut die ich habe es kommen ja und erledigt wie lange versucht ihr euch schon nach okulus wie lange wieder schon versuchen Prozent jetzt anderthalb Stunden fast egal ist macht das noch so unerweilig aber genau so habe ich es noch genau ich habe gesagt genau so soll der rate sein es gibt nur noch mal ich spiele der hat oder normal ist natürlich auch noch nie es gibt keine haupten aber dafür muss dafür muss man selbst gemacht haben aber auch auf der Fall der nächsten paar tage nichts von hart hören aber das ist alles erst mal die stelle der mal den typ auf hart vor allem ich habe es auch nicht wie alt ist die drei wo auch noch wiederbelebt die sie aber auch aber auch der vielleicht auch nicht die wenn er auch auf der Ritter Ritter dann haben wir auch nach der Auge nach der Aufforderung und unsere Ritter Staubergelehrte Royale Niko runter mit so einer Garmann hat es dauert Oker Leon können wir uns immer als erstes oder Nico 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 uns gehen wir gehen zu Niko wir gehen zu Niko's Gilly komm zu mir okay wir gehen zu nico also ich kann so viel zeit wie möglich hier aufschlagen war das ein guter ort ja 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 da oben kannst du echt gut brauche ich wieder raketen weiter so gefällt mir das aber guck mal wie wenig damage du eigentlich von den raketen bekommen voll krass und jetzt die sniper die sniper machen mich am meisten damit hat jetzt ein kopf wieder hin und her wackelt nach also wir haben auch ein weiterer das ist gut aber das geht ja so noch kontrolle ich bin scheiße so jahr wir haben den fachschocken da das gute ich habe gescheitert okay hinter die europäische droht ist das war gut das war gut so hoch den opel amal verleuchten wo bist du habe ich genug Fertig Fertig unsichtbar ich habe jetzt jeden Kiel bei einer Sekunde gemacht der Perfekt ist okay wir haben der Klammer die Dämonische gemacht haben als ein Drittel gemacht auch schädlich ein paar bisschen verschreckt um die Mordel eine Wendung der Vorderstilten der Ausgesicht schlopfen wenn ihr wieder abdrehen ist abgeben alle mit Raketen direkt drauf und dann gibt es noch ich habe immer wieder in die Säge ab dem Ort die Schicksalte mal einfach mal drauf das ist ja okay korrekt nach meiner Auffassung wenn wir vorbeizienten werden die Erfassiger schwarze so ich hab die Wurst in der Münchner die Wünsche aber auch die genau gleiche ist die Wünsche für ein paar Euro er war er hinter uns gegen die Wünsche aber das ist ein paar Hälfte nicht gut ja ich will nicht kurze aber ich habe die Wünsche aber das habe ich hier nicht pushen denn ich habe die Welt ja ich will nicht pushen aber auch die genau gleich bestes Warte wo ich bei dem Part wo wir wo wir uns hingeglitscht haben für den Geist wann kommt der nächste Stream morgen früh aber nur bis vier oder so ich muss dann noch arbeiten leider also ich weiß nicht morgen ab 10 Uhr 9 oder 10 Uhr du musst erst gegen 12 ich weiß ja ich versuche so schau ich bin morgen früh nicht da ja wir schauen was wir machen schon morgen erst mal patrouillons scheiß und anderen charakter auch mal gucken doch morgen müssen wir suchen also wenn du morgen im rade macht es weiß dass schon deine leute dafür nein weil ok wir haben so ganz und so hat ich sage euch ein bisschen Zeit Warte ich muss sich diese zieht und es wurde der erste das war genau genau das ist also eine Mitte Mitte danach lehren was danach war ja mehr und danach in die Konkurrenz bin ich da zu lehren alles ich gehe ich gehe nach ganz links alle zu mehr oder ganz links dann ja ich hab's ich hab's ja ja wir müssen alle zu mir haben aber du musst ihn ja genau die feuerung oh mein gott ist jetzt belastend wartet ich brauche ein gegner ich bin keine gegner ich will keine gegner ich bin dauerlich es ist schwierig nach links das ist übel schwierig nach zu leon zu gehen die autotaktik die autotaktik das ist richtig schwierig zu leon zu gehen royal royal kill gegner unten am besten ich sehe keine idee doch nein ich bin frech scheiße das ist richtig schwierig wenn man zu leon laufen muss das ist das problem ich krieg da keine gegner und kommen rechtzeitig hoch aber ich habe mich gerade mit dem jäger halt nicht so gut hoch stecken ernst in den raid rein leute versteckten zu stecken ja hier oben ist echt beschissen wie viel leben hat er noch das schafft man 50 prozent das schaffen wir eigentlich noch von wirken mail und am anfang wird jung am anfang hat und das hat eben verkackt gerade eben haben wir verkackt gerade immer verkackt so minimal verkackt hat man kann ich nicht gesehen hast aber da kannst du ja nichts mehr wir versuchen es trotzdem wir müssen schaffen wir sollten sobald sobald das Ding in der Mitte könnte ich eigentlich hoch gehen weil ich schaff das easy hoch zu gehen mit was spielst du probier mit Titanen ich so habe ich sage ich schon ein ein Gehmann der Leben lassen wir haben auch wir warten ich überlege gerade Falschaden oben ist echt beschissen aber da müssen wir hin nett wir können auch so machen wenn ich in der Mitte habe dass wir dass wir anfangen nein 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 wir machen es ganz anders wir sind einfach dumm wir sind wirklich dumm kein scheiß wir gehen dahin wo als allerletztes das Ding spawns was weil da muss derjenige sich nicht bewegen wir gehen einfach dahin wo als allerletztes das Ding spawns was nein wird es nicht wird es nicht doch 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 jetzt war es schon vor uns doch okay ja stimmt hast recht das Recht scheiße aber stimmt aber stimmt wir gehen einfach zu ihm und nachher wenn es fertig ist brauchen wir schnell in den Schatten das ist ja kein Problem wir gehen also immer recht ziehen und glaubt ne wir können nicht eine Schatten so gut wird da kann geht schon los mach du doch nicht ich hab fast mein Leben ja geht los äh Nico wir müssen alle in die Mitte gleich nehmen äh Skilly ja in der Mitte Rambazamba und Leon Leon in die Mitte runter springen Leon in die Mitte runter springen Leon einfach in die Mitte springen und jetzt ist Feuer alles drauf das ging nicht gut ich meine hier bei zwei Sekunden Leute genug Gegner vor dir sein ja mit sich mit sich das beste komm alles komm 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 jetzt die Sniper raus ich hab schon mal in die drauf geschossen Gott meine ja ich hab keine doch fehlt auch mehr ja es rechnen hat doch vor allem kann ich die Geister alles was ihr habt Aukulis es ist ein Läder nicht aber egal 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 es ist aber ich bin ich den Schatz und jetzt so schnell wie möglich Gegner gehen gleich alles klar bei jetzt viel Glück morgen ja okay theoretisch kann man erweiten oder nein 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 so schnell wie möglich genau mach ich so es geht auf Zeit wegen dem ausrasten oh mein Gott springt da nicht weg wirklich ja warte warte das ist hell wie das ist schneller Gott ich schaff diese Granaten über deinen Kopf 2 Ritter 2 Ritter ey ich schwöre ich glaube ich der hässliche Boss alter wenn der dich auch noch anschießt dann ist das viel zu viel man hier ich krieg so viele blauen in Kramerhälften oh ich übernehme ich übernehme ich hab kein Blatt mehr für ihn du scheiße hier bei uns war das ein gelber Ritter ne 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 wir müssen halt auch noch mal schnell machen ich hab keine Snipermanie ok die spawnen das sind glaube ich die Ritter die jetzt spawnen du bist ich bin drauf die müssen die Ritter freden mitte 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 alles was geht feuer 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 jetzt freier mach mit ihm dabei wir haben wir haben jetzt aber der größte Den haben wir, den haben wir! Den haben wir, komm! Ja! 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 Du bist der Schreide! Was ist das, was ist das?! Was ist das?! Ich bekam den Raketewerfer! Ich bekam den Raketewerfer! Ja! Scheit' alter! Mach das Reiden! Mach das Reiden! Mach das Reiden! Was ist Terminus von Quillen? Mach einfach Reiden! Scheit' ich bekam den Raketewerfer aus! Ich will sehen! Ich will sehen! Ich will sehen! Ich dachte der Raketewerfer! Vassast cachek! Ey was es Terminus von Quillen? East Tock Stattdämpfer!